Hört ihr? Ich habe keine Fischsinger, oder? Ja, die Bräder! Also du, du kommst mit den Finger hinein, dann bin ich gar nicht da, und da, ich kann nicht mehr drin. Ich bin mit dem Darm drin. Hint ihr mit, wie das ist, der Duden? Das ist ein Gescheu. Das ist normal. Wir müssen das einkneiden, aufschneiden, aufschneiden, wir müssen aufschneiden, oder auseinanderbringen. Ist das dann eine Bremse... Ich habe nicht das gesehen, Ich hab mich so aufgelassen und hab mich so aufgelassen. Und beim Darn hab ich mich so aufgelassen, wie das immer bleibt. Wie mit einer Creme, wie mit einer Kreme. Wie mit einer Knie, wie mit einer Knie, wie mit einer Knie. Ja, aber ist doch mit der Tungel nicht gut. Aber jetzt ist es leid. Ja, Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Jungs. Tschüss. Die sind eine Knie. Das ist eine Knie. Hau. Vielen Dank.